Hallo, hier ist der Show von MOVE36 und ich bin am Michelsrombacher Wald. Warum, fragt ihr euch. Ihr hört es bestimmt im Hintergrund. Heute an Frohnleichnam steigt hier eine Riesenparty und zwar die Ehrlichter Tagtraum Edition. Und es ist der absolute Wahnsinn. Seit 10 Uhr heute Morgen geben die DJs alles, was geht. Es sind natürlich verschiedene DJs, unter anderem gibt es hier auch eine supertolle Kleinigkeit. Hier gibt es nämlich das streng limitierte Bier vom HBH. Das ist tierisch lecker mit speziellem Brauverfahren, was weiß der nicht. Es ist der absolute Hammer jedenfalls und wir gucken das jetzt mal ein bisschen genauer an. Sagenhafte 19 Stunden lang gab es bei bestem Wetter erstklassige Beats auf die Ohren. Sieben DJs wechselten sich an den Decks ab und brachten die Meute zum Tanzen. Katataktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktakt Wer es etwas ruhiger angehen lassen wollte, konnte auch das tun. Zahlreiche Sitzgelegenheiten und die große Liegewiese ließen den über 1000 Besuchern ausreichend Platz, um in gemütlicher Runde den tollen Tag zu genießen. Besondere Aufmerksamkeit gehörte auch der ausgefallenen Deko, die in mühevoller Handarbeit hergestellt wurde. Und als die Sonne unterging, bot sich den Feiernden eine spektakuläre Lightshow. Wir sind hier in Bad Hersfeld bei der Modellschule Obersberg, denn die sind Hessens fitteste Schule. Die haben nämlich beim Wettbewerb von der AOK gewonnen. Und zwar gibt es jetzt hier eine richtig fette Party und Kevin Trapp und Bubschi Kalini von FanRadio sind auch dabei. Anthony I I